Ich kapiert nicht. Zwei Kapseln am Arsch gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ja, dann holt man die wieder raus, lass mich das machen. Du kannst es nicht. Ich weiß nicht, wie man noch nicht mal eine Kaffeemaschine bedienen kann, ehrlich. Das ist ein Unding. Guck mal hier, wie die aussehen. Guck mal, was du mit den Kapseln gemacht hast. Ja, was soll ich denn damit machen? Guck mal hier, das ist doch nicht normal. Guck dir doch mal an, wie die aussehen. Hier ist Wasser drin, alles. Ne, das kann man nicht mitmachen. Ja, aber ich weiß nicht, wie die Kaffeemaschine geht. Ich trinke keinen Kaffee. Das ist immer das Einfachste, weißt du? Ich kaufe keinen Parmesan, weil ich esse keinen Parmesan. Guck mal hier, vergewaltigt. Hast du die? Ja, die Maschine musst du umtauschen. Pass auf, sag ich dir. Wirst du jetzt sehen. Hast du es? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ja, die Kapsel rein ist doch für Idioten, die Maschine.